Guten Tag, in diesem Video lernen Sie die verschiedenen Rollen im Kursraum kennen. Eine Rolle ist eine Zusammenfassung von Rechten, die systemweit definiert werden. Was eine Person darf oder nicht, hängt davon ab, welche Rolle sie in welchen Kontexten hat. Das typischste Beispiel sind die Rollen Lehrer und Teilnehmer im Kontext eines Kursraums. Als Lehrer-Lehrerin haben Sie in Ihrem Kursraum volle Gestaltungsfreiheit. Sie können die Kurseinstellungen ändern, Rollen zuweisen, Gruppen anlegen, Bewertungen vornehmen, Berichte sehen usw. Aber vor allem können Sie Kursinhalte gestalten, indem Sie entweder unter Einstellungen auf Bearbeiten einschalten oder oben rechts auf den Button Bearbeiten einschalten klicken. Dadurch wird die Bearbeitungsansicht aktiviert und die Symbole zum Bearbeiten werden angezeigt. Jetzt können Sie Arbeitsmaterialien und Aktivitäten anlegen und bearbeiten, Kursabschnitte verschieben oder verbergen und vieles mehr. Ebenso wie der Kursraum steht auch die Bearbeitungsansicht auf Deutsch und Französisch zur Verfügung. Trainer ohne Bearbeitungsrecht können in einem Kursraum unterrichten, Beiträge von Kursteilnehmern in den verschiedenen Aktivitäten einsehen und bewerten, jedoch keine Änderungen an den Inhalten des Kurses vornehmen. Diese Rolle ist gedacht für Kursassistenten. Teilnehmer haben in einem Kursraum grundsätzlich weniger Rechte. Sie können an Kursaktivitäten teilnehmen, also z.B. Beiträge verfassen und Arbeitsmaterialien ansehen. Sie können jedoch keine Kursinhalte, also Aktivitäten und Arbeitsmaterialien, ändern. Sie sehen Ihre eigenen Bewertungen, wenn die Lehrer das erlauben. Die Ansicht eines Kursraums und die Navigation innerhalb eines Kurses ist für Teilnehmer und Lehrer unterschiedlich. Besucher haben minimale Rechte und können normalerweise nirgends Texte eingeben. Der Besucherzugang ist nützlich, wenn Sie Kollegen erlauben wollen, einen Blick in Ihren Kursraum zu werfen. Man kann verschiedene Rollen haben, z.B. Lehrer im eigenen Kursraum und gleichzeitig Teilnehmer im Fortbildungskursraum. Die Rolle wechseln Diese Funktionalität ermöglicht den Lehrern zu überprüfen, wie die Teilnehmer den Kursraum sehen. Sie haben z.B. Kursinhalte angelegt und einen Kursabschnitt verborgen. Um die Rolle zu wechseln, klicken Sie im linken Bereich im Block Einstellungen unter Rolle wechseln auf Teilnehmer, Teilnehmerin. Der Kursraum wird nun aus Teilnehmersicht dargestellt. Die Bearbeitungsansicht ist deaktiviert, der Kursabschnitt ist unsichtbar und die Navigation hat sich geändert. Oben wird rechts von Ihrem Namen die aktuelle Rolle angezeigt. Um wieder zu Ihrer Ausgangsrolle zurückzukehren, klicken Sie auf Zurück zur Ausgangsrolle. Rollen zuweisen Um z.B. einem Kollegen eine Besucherrolle zu geben, klicken Sie im linken Bereich im Block Einstellungen unter Nutzer, Nutzerinnen auf Eingeschriebene Nutzer, Nutzerinnen. Es öffnet sich die Nutzerliste mit den derzeitigen Rollen. Klicken Sie auf den Plus-Button und anschließend auf den Button Besucher, Besucherin, um diese Rolle hinzuzufügen. Klicken Sie rechts neben der Teilnehmerrolle auf das Kreuz und bestätigen Sie das Entfernen dieser Rolle durch Klicken auf Löschen. Beachten Sie bitte, dass Sie als Lehrer nur die Rollen Trainer, Trainerin ohne Bearbeitungsrecht, Teilnehmer, Teilnehmerin und Besucher, Besucherin zuweisen können. Viel Spaß beim Rollenwechsel!